Ich habe ein paar Kranien gekutzt und wir konnten die Koordinierung alles was zusammen. Die ist gut, aber wenn wir nicht mehr verständlich spielen. Ich habe diese Kran. Und ich habe mir das Gefühl, das ist auch wenn man jetzt den Film einschränkt, die sich nicht mehr haben wirklich. Die haben die Kranien. und es ist schon mehr im Moment, und er ist schon gut in der ersten Stunde. Und in der ersten Stunde, in der ersten Stunde, wiss ich noch nicht mehr in der Ich bin sie nicht mehr. Was ist mit ihm? Dieーん für mich, in der ersten Stunde, haben wir die Augenlager aus, und wir küssten ihn. Ich würde für immer nur bei einem Mann bleiben, ich bin sehr, sehr einig. Wenn all du geht es dir über risque, dann in die Regel die Chancen, so wie wir das schon kommen. Wir freuen uns immer wieder über die Messungen, aber wir wollen ja keine Geräusche. Und wenn du dich mal so, damit du kommst, etwa deine Demףokröne mal hier! Tamb gut ist es, doch, warum du subjektiv in die Linie und die Hannover? Da ist doch, er ist jetzt schon so sehr stehlich. Du bist du da? Ich bin der Selle der Studio, ja wollte es dann wieder. Ich bin besser dir. Bedeut, du hast du aufgete, bisschen zu viel, warum? Ich wusste nicht, dass du in den USA war. Du hast schon gesagt, dass du in den USA war. Du hast schon gesagt, dass deine Familie in Europa war. Wo wir kommen? Aber du bist ja in den USA? Ja, ich bin in den USA. New York, brennt. Ja, das war eine Unibus-Dollar-Nein-Manager. Und, uh... Für eexempel, wenn du in Puerto Rico bist, wenn du die Leute da bist, dass du eigentlich von dort bist? Ist die meine Namen? Ich denke, sie kennen meine Namen und ich denke, sie kennen mich. In Puerto Rico, sie können nur 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 einen schöpfer. Ja. Ja, es ist... ...Latino, so... ...Latinos, so... ...they... ...they know about the Puerto Rican heritage. Uh...the...the fan is there, definitely. Wir sind auch... ...behind der Zeit die Zeit, die Zeit, das ist... ...karte, äh, die Sponial... ...sang. Okay, da, da... ...die... Um, ich glaube nicht, ich sehe einen blöde ich mal probierede WAS ob ich ich habe Vielen Dank für's Zuschauen!